Hallo meine lieben Leute, ich bin euer Draco Agami, Kurs von DTV Entertainment und ich begrüße euch zu einem neuen Pre-Story Kingdom Devlog, oder besser gesagt, eine Dev Diary von Januar 2024. Es gibt mal wieder vieles Neues zu berichten, ihr wisst ja, Dezember kam ja kein Devlog. Dadurch, dass Weihnachten war, haben sie auch nicht besonders ans Spiel gearbeitet, aber über den gesamten Monat haben sie wieder ein paar neue Pläne offengelegt und eine der neuen Pläne ist unter anderem, dass es sehr viele Neuigkeiten gibt, diesbezüglich was alles auf uns zukommt. Es ist ein bisschen mehr News, aber man will sich tatsächlich versuchen, innerhalb des gesamten Jahres, das heißt 2024, darauf zu konzentrieren, diese auch pünktlich zu diesem Jahr rauszubringen. Und zwar im State von Development steht, dass im Dezember Update 9 released wurde, damit auch das Grasland-Biom veröffentlicht wurde und sehr viele neue Tiere dabei reingekommen sind. Unter anderem Uranosaurus, Mutaburasaurus, Carcharodontosaurus und als Bonus der Spinosaurus Ägyptiakus. Ups. Der Spinosaurus Ägyptiakus oder Ägyptikus. Keine Ahnung. Die einen machen es immer so, die anderen machen es so. Eigentlich ist, glaube ich, eines davon falsch. Ja, jedenfalls, seit es rausgekommen ist, ist es natürlich ein bisschen still geworden. Wir hatten den Spinosaurus sozusagen als Weihnachtsgeschenk gekriegt, was von tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt nicht erwartet haben. Und ich habe Videos davon gemacht. Äh, heute geht es mal wieder um Update 10. Update 10 beschäftigt sich vor allem auch wieder ein bisschen mit der Dinosaurier-AI, beziehungsweise wie die Dinosaurier sich fortbewegen. Und hier sieht man tatsächlich schon ein kleines Beispiel, was die hier machen. Wie die hier laufen und so ist alles gespeed-upped, wie das hier zu sehen ist. Und was man hier sehen ist vor allem, dass die Psittacosaurier rumwuseln. Aber es ist nicht ein bestimmtes Rumwuseln, denn ihr wisst ja, momentan, momentan ist es ja so, dass die Dinosaurier, wenn man die auf dem Feld setzt, ineinander laufen. Hier wird tatsächlich das System so ausgereizt, dass die Dinosaurier sich nun gegenseitig ausweichen, anstelle ineinander zu laufen. Das sieht man vor allem hier an den Rändern sehr gut. Und da sieht man, dass die Dinosaurier möglichst nicht versuchen, ineinander zu laufen und ausweichen. Was ich ziemlich cool finde, dass sie sich dann sozusagen als Objekte selbst erkennen. Und das wird tatsächlich in Update 10, also das nächste Update, was Update 10 ist, wird dann da anlaufen. Vielleicht auch mit ein paar Macken, aber zum Glück gibt es ja uns Leute, die das spielen und dann immer Bug-Reports einsenden können. In dem Fall kümmern die sich dann auch darum. Jedenfalls Update 10 bringt uns tatsächlich ein paar neue Spezien. Die wurden tatsächlich schon zu Weihnachten geleakt. Ich habe darüber kein Video gemacht, aber ich habe es als Screenshot in der Prehistory Kingdom Gruppe in Facebook gepostet. Und die neue Spezies, die hier uns bereichern wird, ist das Elasmotherium. Das Elasmotherium Sibiricum mit seinem enormen langen Horn. Schon in Hüllenmalereien wurden diese Tiere tatsächlich dargestellt. Und deswegen weiß man auch so ungefähr, wie die aussahen. Das Elasmotherium Sibiricum, wie der Name schon sagt, ist ein Tier aus Sibirien. Und gehört zu den Unpaar-Hufern, genauso wie es zum Beispiel Nashörner und Pferde heute sind. Man ist sich tatsächlich heute nicht so sicher, bzw. hat man eigentlich herausgefunden, dass der Schädel von Elasmotherium bzw. die Anatomie von Elasmotherium eigentlich kein so langes Horn zulassen. Die haben es aber irgendwie trotzdem. Eigentlich ist es fast genauso wie beim Pachy Rhinosaurus, dass die anatomisch eigentlich kein langes Horn besitzen konnten. Aber es gibt trotzdem hier in Prehistory Kingdom beide Varianten. Und so wie ich das gesehen habe, ist das sogar hier als Geschlechtsunterschied zu verzeichnen. Das bedeutet, die Männchen haben lange Hörner, also haben die Weibchen hier dann kurze Hörner zum Beispiel. Und das steht hier auch unten. Nicht? Ich glaube hier oben. Genau, hier. Diese große Spezies von Rhinashorn war am besten für sein riesiges Horn bekannt. In vergangenen Jahren war die exakte Größe ein Thema von Debatten. Und ja, anatomisch ist das Schädel eigentlich von Elasmotherium fast so ähnlich wie der des Pachy Rhinosaurus ausgebaut. Und bei Pachy Rhinosaurus selbst weiß man, diese Tiere waren eigentlich nicht behornt. Also nicht so groß behornt. Es gibt Darstellungen, die Pachy Rhinosaurus selber als Horn-Tier sozusagen darstellen. Aber das ist, ja... Das ist unakkurat. Deswegen glaubt man auch, dass es da unakkurat ist. Aber neben Paratherium, äh, neben Elasmotherium wollte ich sagen, warum ich Paratherium sagen würde, wahrscheinlich weil das nackig ist, neben Elasmotherium gibt es auch tatsächlich noch eine alternative Spezies. die mit diesem Tier reinkommen wird. Und das ist das Sinotherium lacrelii. Ich habe tatsächlich noch nie was über Sinotherium gehört, aber das bedeutet eigentlich das chinesische Biest. Und hier steht, dass es eine alternative Spezies ist, die auf Elasmotherium basiert. Früher war es ja immer so gewesen, dass sie die alternativen Spezien bzw. die anderen Unterarten immer hier mit in den Flyer mit reingeschrieben haben. Jetzt ist es aber so, dass sie das getrennt aufführen, da das dann sozusagen, äh, eigene Spezien sind. Ob die in Prehistory Kingdom übrigens jetzt auch als getrennte Spezien geführt werden, wage ich so zu bezweifeln, weil es ist nämlich besser, wenn die nämlich so als Unterspezies, so als Ginder so mit drin sind, weil die ändern ja trotzdem ihre Spezies. Das sieht man ja vor allem auch bei Smilodon, Fatales und Populator. Hier sieht man nochmal richtig schönes Bild von dem Sinotherium, welcher tatsächlich einer der Vorfahren des Elasmotheriums ist. Und wer kommt, ist auch der Löwe. Hier sieht man ein neues Bild von dem Löwen. Der Höhenlöwe bzw. der amerikanische und der europäische Höhenlöwe kommen beidesamt in Prehistory Kingdom rein. Sie heißen Panthera Spelea und Panthera Aatrox und sind sowohl der europäische Höhenlöwe und der amerikanische Höhenlöwe. Und diese kommen mit Update 10 in das Prehistory Kingdom rein. Und Update 10 ist für Februar, also das heißt, ab heute bzw. Mitte Februar bis Ende Februar angesetzt. Es kann also tatsächlich in ein paar Tagen schon so weit sein, dass wir diese Tiere sehen werden. Neben den gesamten Tieren hier hat man sich aber tatsächlich auch auf ein neues spezielles Zeitalter orientiert, das Steinzeitthema. Hier sieht man ganz viel Lederausstattung. Hier sieht man diese ganzen alten Zäune von den Lagern, die es da früher gab, die sie sich gebaut haben, die ganzen Urmenschen. Und man sieht auch richtig alte Vasen, die sie sich schon gemacht haben in der Steinzeit, um zumindest Samen und andere Dinge aufzubewahren. Genauso sieht man hier zum Beispiel auch diese Netze hier. Wahrscheinlich sind das diese Netze, womit sie auch schon unter anderem auch Fische gefangen haben. Hier sieht man zum Beispiel auch Pelz von Tieren, die sie sich so übergangen haben, um diese zu verarbeiten. Hier sieht man zum Beispiel einen Dammhirsch, die sie früher getötet und dann zu Leder verarbeitet haben, um Zeug herzustellen. Man sieht ja Pilze und man sieht noch andere Sachen, andere Pilzarten, die vor allem sehr essbar und lecker aussehen und ein Lagerfeuer. Das bedeutet, es wird sicher neue Objekte geben und hier sieht man auch eine neue Ausstattung, die sogenannte Höhlenmalerei von Prehistoric Kingdom. Wenn Menschen Dinosaurier gesehen hätten, hätte das wahrscheinlich so ausgesehen. Es gibt immer mal wieder Bilder von Menschen, die immer Gebilde und Tiere versucht haben reinzubringen, welche total fraglich aussehen, was für Tiere es sind. Hätte ein Mensch das wirklich so immer in der Akkuratität gezeichnet, was auch so existiert, wüsste man heute ein bisschen mehr, wie Dinosaurier aussehen hätten, da schon Menschen gelebt. So, moderne Architektur ist nicht von Dauer. Kann man tatsächlich hier sagen, weil diese Szene endet mich wirklich sehr an Ice Age. Als Manni, Diego und Seth an dieses Stonehenge-Gebilde vorbeikommen und die dann sagen, das ist halt moderne Architektur. Und zusätzlich zu dem Steinzeitthema gibt es natürlich auch neue Zäune. Ich habe tatsächlich so ein Gebilde schon mal gesehen. Die kann man natürlich auch für Steinzeitgehege verwenden, beziehungsweise Ice Age-Gehege. Aber ich habe so was für meine Verbindung mit einem Observatorium gesehen. Da haben sie das Observatorium so einen Kreis aufgebaut und das sah auch ziemlich gut aus, muss ich mal sagen. Da war ich nämlich in Bad Bipra, nee, nicht Bad Bipra, da war ich in der Nähe von Nebra gewesen, da gibt es nämlich in der Nähe von Rosbach, so ein Observatorium und da konnten sich die frühere Menschen immer die Sterne ansehen. Genauso gibt es hier aber auch neue Steinzeit-Zäune aus Stein. Ja, und die kann man sich ja auch ansehen, wenn die immer fertig gerendert sind. Sie sehen richtig toll aus. Das heißt, mehr Variabilität in den Zäunen und es wird tatsächlich auch eine neue Map hergestellt. hervorgestellt. Und zwar die Mountains von Kanada. Die bieten eine Vielzahl an Variabilität von Küsten, Borealen und Grasland-Biomen. Das bedeutet, die Abwechslung wird größer. Was man in dem Fall auch hier sieht. Genauso wie auch hier dieses Eisberggelände. Richtig geil. Und wenn es Nacht wird, dann Aurora Borealis und die Zeit und diese Zeit des Tages in diesem Ort, der Stadt, in diesem Land. Warum nicht? Aurora Borealis ist schon was Schönes. Und nun, nachdem wir Update 10 geredet haben, gibt es natürlich auch noch Dinge über die Zukunft. Hier steht, was erwartet uns für die Zukunft? Und es wird sich tatsächlich fortsetzen, dass sehr viel rauskommen wird. Ja, dann kümmert man sich zum Beispiel schon um das Personal, was im Prehistory Kingdom arbeiten wird. Sieht natürlich auch noch sehr basic aus. Es ist auch erstmal eine Konzeptart. Aber wann will er zum Beispiel den Kassierer, den Hausmeister und den Logistiker einführen? Erste Mal Uhr. Und die machen, die machen ja für die Besucher vor allem und die ganzen Parksachen machen sie. Der Chanitor bzw. Hausmeister, der clint den Park, also der macht den Park sauber. Der Kassierer kassiert das Geld in den Shops ein, kann aber tatsächlich auch eine Abwesenheit beziehungsweise in Abwesenheit von Kunden, kann er auch andere Shops annehmen und nimmt dann zum Beispiel die vom Hausmeister an und macht dann auch selber ein Park sauber. Ist eigentlich schon ein ziemlich cooles Konzept. Und der Logistiker, der kümmert sich halt um die Zulieferung von Futter und alles. Und es steht hier auch nochmal, Kassierer ist in Kiosk und Läden eingestellt. Der Hausmeister macht Toiletten sauber und reinigt den Müll und macht den Mülleimer sauber. Und Logistik kümmert sich halt, wie hier schon erwähnt, um die gesamten Dinge, um das Futter und die anderen Zulieferungen. Und hier steht natürlich auch, dass die Rollen alle nicht festgelegt wird. Hier steht zum Beispiel als Beispiel, wenn ein Kassierer auf die Kunden wartet, haben die vielleicht sogar schon die Tendenz, den Hausmeisterjob zu erledigen und zum Beispiel Merchandise aufzufüllen oder Müll zu reinigen, wenn sie nichts getan haben. Oder die machen natürlich auch ein bisschen Logistikerarbeit. Und wenn die damit fertig sind, dann kehren sie natürlich in ihrem Originaljob zurück. Das nenne ich sehr flexibel. Das gibt es, soweit ich weiß, bei keinem Game, wo die das so geteilt machen. Ich weiß nur, bei Planet Zoo gibt es Tierärzte, die kümmern sich nicht um die Tiere, sondern bringen die auch manchmal zu, was ich auch sehr interessant finde. Man braucht da nicht unbedingt nur Zoopfleger für sowas. Und dann gibt es doch die ganzen Spezialisten-Stuff, der hier geplant ist. Der Keeper, der kümmert sich um die ganzen Dinosaurier. Der Vet kümmert sich um die Gesundheit der Dinosaurier und um die Tiere. Und die Security achtet darauf, dass die Dinosaurier nicht ausbrechen, dass die Zäune immer, dass die Zäune niemals beschädigt sind. Und wenn sie beschädigt sind, dass die Besucher in Sicherheit sind. Und er repariert die Zäune der Ingenieur. Und das steht hier natürlich auch wieder. Also macht Habitate sauber, füllt Nebwer aus und liefert den Dinosaurier zu Komposthaufen. Und hier wird gesagt, der checkt die Habitate für Schwangere, Kranke und verletzte Tiere ab. Und kann natürlich auch Medizin geben. Der Ingenieur repariert alles und Security... Ach hier, Security steckt halt sozusagen die ganzen gefährlichen Gebiete ab und bringt dann die ganzen Menschen in Sicherheit. Wann können wir mehr hören? Also wann das allerdings alles in Zukunft kommen wird, das weiß man noch nicht. Aber man will sich tatsächlich die Mühe machen, diese vor allem in den Challenge-Modus zu verwenden. Das bedeutet, die ganzen Stuff hier, den brauchen wir eigentlich in Sandbox nicht, weil man in Sandbox ja zum Beispiel auch Hunger deaktivieren kann und das alles. Und die Tiere dann auch deswegen auch nicht ausbrechen. Aber in Zukunft wird sich sicher entscheiden, wie genau die eigentlich hier reinpassen. Und jetzt kommt das Beste von allen. Es kommt zwar hier gerade kein Dinosaurier, der gezeigt wird, aber es werden viele neue Dinosaurier diesbezüglich gezeigt, die jetzt dann eine Babyform besitzen werden. Die Zukunft von Prehistory Kingdom bringt Babys. Dieses Jahr... Hier steht auch dieses Jahr werden sie eine... einen Prozess von Ontogenie in Prehistory Kingdom reinbringen. In Real-Time kannst du dabei ansehen, wie deine Tiere von kleinen Babys zu großen, richtigen, riesigen Tieren heranwachsen, die man schon speziell in seinen Parks ausbrüten konnte. Das heißt, dieser Baby Edmontosaurus hier. Dieser Baby Edmontosaurus wird zu diesen großen Tieren heranwachsen innerhalb von kurzer oder von längerer Zeit. Das heißt, man kann jetzt richtig simulieren, zum Beispiel, wie Jurassic Park gelaufen ist. Denn es ist ja immer so gewesen, in der Vergangenheit, dass die ganzen Tiere ja immer als erwachsene Tiere rauskommen. Jeder, der Jurassic Park gespielt hat, hat sich schon immer Babys gewünscht. Das Problem ist allerdings, dass Jurassic Park tatsächlich überhaupt nicht dafür gedacht war, immer Babys zu erschaffen. Weswegen es eigentlich so ist, dass die gesamten Babys, die man hier sieht, niemals hier plant worden. Und das finde ich, trotzdem ist es eigentlich ein verschwendetes Potenzial, die Dinosaurier auch mal richtig wie Eltern darzustellen. Hier allerdings ist aber noch nicht die älterliche Fürsorge und das alles mit einprogrammiert, beziehungsweise, dass die Dinosaurier züchten können, aber die Grundbausteine werden damit gelegt. Das bedeutet, das bedeutet, die Dinosaurier sind nicht einfach nur gedownscaled erwachsene Tiere. Man sieht das hier zum Beispiel bei dem Edmontosaurus-Männchen. Das ist ein junges Männchen, das so als Baby anfängt. Man sieht auch diese typischen Proportionen, wie zum Beispiel diesen kleineren Kopf, eigentlich so ein riesiger Kopf. Ist das ein kleiner? Diese kürzere Schnauze, die halt so wirklich so babymäßig aussieht, die Augen, die einfach total riesig aussehen und der Körper, der so richtig klein und kurz und pummelig aussieht und wo die Skelettstruktur anders ist, dann hier das Erwachsene Tier, welches so langsam zum Erwachsenenalter kommt, welcher so blasse Farben hat, wie ein Jungtier, wo dann die Farben richtig reinkommen. Und hier sieht man das Tier, was man ja schon kennt, das ausgewachsene Edmontosaurus-Exemplar. So. Ähm. Und hier steht, über die Zeit werden, werden die Tiere nahtlos zwischen ihren Lebensstages reinwachsen und wenn ihre Erwachsenen Gestalten kommen, werden sie in ihre Erwachsenenkoloration reinfaden. Hier steht natürlich aber auch eine der Fragen, äh, wie viele Babyskins werden hier sein? Ach ja. Äh, hier steht natürlich noch die Anmerkung, wenn, wenn du unsere, unser Demo von 2017 gespielt hast, dann wirst du ganz genau sehen, wie das funktioniert. Ich hab darüber schon etliche Videos gemacht. Schaut euch mal meine Prehistory Kingdom, äh, Let's Play Prehistory Kingdom Playlist an. Da hab ich zum Beispiel T-Rexe, Kroosizoren, da sieht man so ungefähr, wie das Untogenies-System funktioniert. Genau das bauen die wieder hier mit ein und das finden die so krass. Okay, jetzt aber wirklich zu, wie viele Babyskins werden da sein? Für technische Gründe werden die Baby-Skin-Patterns nur auf ein einziges Brot hier, äh, bestimmt. Das bedeutet, das bedeutet im Grunde, alle Babys sehen so aus wie das hier. Also Edmundosaurus, alle drei Arten wahrscheinlich. Und man sieht da auch so ein bisschen, es gibt da sogar offene Möglichkeiten, wie der Edmundosaurus aussieht. Edmundosaurus hat drei Arten. Kugbekensis, Regalis und Anektins. Und ich finde, als Babys haben die tatsächlich etwas von allen dreien. Die haben Kugbekensis hier schon ein bisschen in der bräunlichen Farbe, die überlappen kann. Die haben Anektins, was hier sich so ein bisschen an der Seite so abspielt. Und Regalis ist natürlich, dass sie hier diese rötlichen Partien haben. Äh, ja. Ja, aber es wird tatsächlich pro Tier nur eine Farbe geben. Aber die wachsen dann in die selektierten Skinfarben ein. Das bedeutet, die haben eine Babyfarbe und die wachsen in die, in die erwachsene Farbe hinein. Das bedeutet, wenn du Edmundosaurus Regalis hast, wie ich das eben erzählt habe, dann werden die halt so braun bleiben, bekommen diese Flecken. Und jetzt die große Frage, züchten? Ja, züchten ist etwas, was die Tiere tatsächlich als ein großes Objekt, in dem Projekt geplant haben, weil das immer wieder beziehungsweise gewünscht wurde. Im Prehistory Kingdom wird sich aber tatsächlich das erste Mal nur um das Unzugenie-System dieses Jahr gekümmert. Bevor halt mehr gemacht wird, wie zum Beispiel Parkungen, Zucht und Nestbau. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, wenn das dieses Jahr noch nicht kommen wird, dass es entweder Ende des Jahres kommen wird oder eventuell nächstes Jahr 2025 zum Beispiel. Und hier gibt es natürlich noch die nächste Spezies für die Zukunft, Update 12. Update 12 kommt dann nach Update 11, das heißt, nachdem der Löw und das alles rausgekommen ist, irgendwann im Laufe des Jahres wird der Apatosaurus Ajax reinkommen. Ja, ich bin mir jetzt nur gerade nicht sicher, ob das der Sauropode ist, den wir schon in der 2024er-Vorschau gesehen haben. Ich denke mir tatsächlich, nein, weil er tatsächlich doch ziemlich massig aussieht. Aber, ich finde, der Apatosaurus ist ein sehr großartiges Tier geworden. Der sieht nicht nur massig aus, er wirkt auch vor allem als könnte der wirklich keinen einzigen Feind haben. Ich freue mich sehr persönlich auf den Apatosaurus wirklich sehr. Vor allem, weil dieser, noch als alternative Spezies, den Prontosaurus Excelsus besitzt. Wer das noch nicht wusste, der Prontosaurus Excelsus ist tatsächlich seit 2015 wieder eine gültige Spezies. Das bedeutet, man hat ja immer so gesagt, dass der Prontosaurus selber eigentlich nicht existiert hat. Das war tatsächlich auch so, weil man gedacht hatte, beziehungsweise man hatte früher festgestellt, sie sehen sich sehr ähnlich und deswegen wurden sie als eine Art angesetzt. 2015 hat man aber tatsächlich nochmal einen Blick auf die Fossilien geworfen, die damals entdeckt wurden. Und man hat tatsächlich doch signifikante Unterschiede zwischen den beiden Arten gefunden, weshalb man sagte, der Prontosaurus ist eine eigenständige Spezies mit Apatosaurus. Also sozusagen sowas wie ein Schwester-Taxon zu Apatosaurus. Weswegen der Prontosaurus reinkommt. Aber auch hier in der Art sieht man schon, dass sie sich schon ein bisschen von dem unterscheiden, was man in der 2024er-Vorschau gesehen hat. Habe ich euch nie gesagt, aber es gibt da so ein Bild, wo die 2024 willkommen geheißen haben. Und da sieht man tatsächlich schon den Sauropoden und ich glaube nicht, dass es Prontosaurus ist. Ich denke, dass es entweder Diplotosaurus ist oder es gibt auch eine alternative Spezies, die irgendwo beziehungsweise einen Skin, der hier überall Starrelen hat. Das kann man mir nicht so vorstellen. Ich denke, da kommt noch ein Sauropod auf uns zu. Das heißt 2011 beziehungsweise ich meine Update 12 wird sich vielleicht sogar komplett den Sauropoden widmen. Wobei ich mir sogar wünschen würde, dass man hier noch neben Diplotosaurus noch einen dritten Sauropoden mit rein nimmt. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht sogar die Geburtsstunde von Plateosaurus sein könnte, der hier zum Beispiel immer als der Vorwahrer der Sauropoden angesehen wird. Und ich liebe einfach dieses Design. Einfach diese Konzeptart erinnert mich auch ein bisschen an Prachiosaurus, den Skin. Ich freue mich schon sehr auf das Tier. Ich freue mich schon sehr. So und man kann heute auf jeden Fall auch sagen, am Freitag, den 14. ist Prehistory Kingdom offiziell 10 Jahre alt. Was? Aber es ist doch doch gar nicht so lang draußen. Es ist doch erst seit einem Jahr draußen. Ja, das stimmt. Aber die betonen tatsächlich, dass Prehistory Kingdom als Projekt 2014 gestartet hatte. Das heißt, in der Zeit, wo ich selber meine Ausbildung abgebrochen habe und in Therapie war und es trotzdem schief gelaufen ist, in der Zeit wurde Prehistory Kingdom sehr berühmt. Beziehungsweise es ist da in den Startlöchern gewesen. Damals noch unter Schule, wo sie alle noch Studenten waren, Teenager, junge, Erwachsene. Ich glaube, Mao war zu dieser Zeit sogar noch nicht mal volljährig. Hatte trotzdem schon das Konzept gehabt. Mein Gott, meine Nase. Und seitdem sieht man, ist viel passiert. Wer sich an den ganz rechts noch erinnert, hat sich auf jeden Fall die Tech-Debo damals angesehen. Das daneben ist die Pax-Version, glaube ich. Das ist die Version, als Triceratops nochmal geworkt wurde. Das ist dann die andere Version, wo Triceratops in der Artstation vorkam, nachdem Pax war. Und das ist die jetzige Version. Ich muss sagen, die gefällt mir. Ich muss sagen, es gefällt mir einfach, wie das sie entwickelt hat. Einfach auch wegen der Paläokultur. Die Paläontologie schläft nie. Und man hat immer wieder Updates diesbezüglich bekommen, wie die Haut von denen aussah. Und das hat sich in dem Fall ziemlich gut eingespielt. Auch der Modeller, beziehungsweise die Modellerin in dem Fall ist es ja die Cindy, die das macht. Die macht immer sehr tolle Arbeit. Inzwischen haben sie mehr Arbeiter für die Models, glaube ich. Da ist sie nicht mehr alleine. Aber sie macht immer noch die meisten Modelle. Aber wenn es zum Beispiel andere Tiere gibt, wo zum Beispiel jetzt nicht so der Fokus drauf gelegt wird von ihr, dann machen das tatsächlich auch schon inzwischen andere Leute. Das Team hat sich schon sehr expandiert seitdem. Und der Community Spotlight zeigt uns einen Spinosaurus im Fluss, wie der mit seinen Gewichten die gesamten Pflanzen wegschiebt. Und hier sieht man dann noch ein Schild von Archeopteryx, wo man sagt, man soll nicht fotografieren. Und das ist eine nachgestellte Szene, denke ich mir mal von Prehistoric Planet. Ich mag die Szene sehr, als die Threadnotes da durch die Wüste wandern. Und ja, natürlich sagen sie vielen Dank dafür, dass ihr den Death Diary gelesen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal und klingelt das Glöckchen. Denn wir werden in Zukunft auf jeden Fall sehr viel noch von Prehistoric Kingdom erwarten können. Und ich freue mich schon sehr darauf, vor allem wenn wir endlich diese Babys hier ausgeliefert kriegen im Laufe des Jahres. Das wird richtig toll werden. Ich so werden wird sich in einem von beiden entwickeln kann. werden wir natürlich sicher noch erfahren. Aber ich freue mich schon sehr darauf. Ich hoffe euch hat der Devlog ebenso gefallen. Ich bin sehr excited darüber. Wirklich sehr aufgeregt. So wenn euch das Video gefallen hat, schon gesagt, lasst doch ein Abo da klingelt das Glöckchen. Wenn ihr mehr über Prehistoric Kingdom sehen wollt, dann seht euch meine Prehistoric Kingdom Playlist an. Ansonsten wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Ciao.